Hallo meine Lieben, ich hoffe, euch geht's gut. Schön, dass ich euch zum achten Türchen meines ASMR-Adventskalenders begrüßen darf. Wie man unschwer erkennen kann, werden wir heute Airbrushing machen mit meiner Tingle Brush. Die mögen ja ganz, ganz viele von euch. Und die hat wirklich ganz, ganz viele schöne Steinchen. Soll ich euch zum nächsten Mal. Soll ich euch zum nächsten Mal. Ja, also ich habe heute eigentlich gar nichts mit meinen Haaren gemacht. Ich war vorhin bzw. am Nachmittag sogar zwei Stunden im Wald mit meinen Kindern und durch die Luftfeuchtigkeit sind meine Haare gar nicht so gerade. Obwohl ich auch sagen muss, dass sie sich nicht mehr so extrem einkringelt. Aber ich glaube, das liegt einfach an meinen neuen Pflegerprotokunden. Okay. 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 Und ja, ich finde sie jetzt auch schon ziemlich lange. Ich habe ja auch immer wieder überlegt, ob ich sie abschneiden sollte oder nicht. Aber ja, ich weiß nicht. Momentan werde ich sie einfach mal so richtig, ja, lange wachsen lassen. Es dauert sicher noch so ein Jahr oder so. Und ja, dann mal weiter sehen. Ich habe auch, Gott sei Dank, das Glück, dass ich sehr, sehr hoffvoll das habe. Und ja, dass halt dann eigentlich eine gute, ja, Ausgangssituation für lange Haare wäre. Okay. 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 Können mir ja rum, machen wir. in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Oder finden werdet, wie da kurze Haare. Also so pop-mäßig. Okay, das sieht jetzt nicht so gut aus. Oder? Ja, einfach langlassen. Und wann war ich denn das letzte Mal beim Friseur? Ich glaube, das war im, jetzt haben wir Dezember, Ende Oktober, oder Mitte Oktober, glaube ich, war das. Und ich weiß gar nicht, wann ich das nächste Mal gehen werde. Jänner, Februar, März am Ende. Okay. Ah, okay. 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 Das Wichtigste ist immer, dass meine Ölchen versteckt sind, denn ich glaube viele haben es ja schon mitbekommen. Ich glaube, dass ich die nicht so gerne mag. Ich glaube, dass meine Ölchen versteckt ist. Und ich glaube, ich muss das Video heute gar nicht schneiden. Das ist sehr, sehr toll. Das heißt, meine Nachbarn, wir geben endlich mal ein bisschen Ruhe. Okay. 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 Now. Soviel zu meinem Eigentürchen-Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ich würde mich natürlich wieder sehr, sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen würden und bis dahin alles Gute.